Hey, jetzt kommt zurück zum Let's Play, Well of the Grace Volume 4. Wir spielen die Mission mit der schwangeren Frau, die wir ganz schnell aufwenden müssen. Müssen, 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 müssen und weiss ja auch nicht, wie die Mission heißt, aber das war das ganz schnell und das wird mal gemacht. So, auf jeden Fall aufblendlich, weil sonst hier gar nicht. ich gebe mir etwas gas das muss echt noch irgendwie das kotzt mich an weil 20 meilen ich bin schon fast der meinung dass ich die mission schon mal gespielt habe im let's play aber gut ich habe sie nicht gefunden in meinen display folgen also so dann geben wir jetzt mal gas wieso wird hier nicht losgefahren jetzt wird losgefahren spiel ich muss mal kurz auf europäisch setzen weil er sagt nur 30 km h nicht wie das auf amerikanisch heißt also in den amerikanischen maßeinheiten ist deshalb wollte ich das eigentlich umstellen jetzt habe ich umgestellt weil ich muss das noch speichern daran habe ich noch nicht gedacht so jetzt habe ich kann ich auch die 30 einhalten wieder aufmeldlicht weil ich sehe immer noch nichts 30 so solange wir über 25 sind gehe ich in die dritte jetzt haben wir unter 25 als der zweite gleich sind wir oben da kann man dann richtig gas geben ich glaube der mittlere waggon muss oben sein ist dann mir das nicht mehr als abhang gewertet ja so voll gas weil vor dieser langen die kann man ruhig mit etwas mehr nehmen als vorgeschrieben weil die kommt ja auch gleich die nehmen wir aber nur mal mit 56 alles andere ist mir ein bisschen zu krass da kommt mir so vor als würde ich direkt aus der schiene fliegen und ich glaube das wäre auch so also weiche weiche entgegenkommender zug tag und dann geben wir mal gas mal gucken wir auf was auf die höchste geschwindigkeit schaffen bevor der mittlere wagen oben ist die das eine signal war immer die ganze zeit gut naja scheint nicht geschadet zu haben ja ich glaube ich glaube das wunderbar so also diese schild guck mal kurz das riesen schild an nimm 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 so unter unsere barthöfer schön geleuchtet das gefällt mir und da unser Zug eh nicht schneller als 89 kann kann ich auch auf uns zu beträutigen zumindest wenn unser mittlerer unser mittlerer wagen dann rüber ist und da war das erkennen dann da dieses spiel sehr bocklich ist ähm müssen wir von vorher ziemlich lang abbremsen zumindest aber ansonsten läuft ja nein doch nicht alles wunderbar ne 35 sind wirklich nur wegen der bar naja ist auch alles geräumt wunderbar dann können wir ja aufbänden nicht anlassen ich habe die ganze zeit angst dass ich eine kurve nicht mitkriege oder das und das wollte ich an meinen zweiten teil anfügen das diese kurve größer ist als ich dachte als ich gedenkt habe dann halt nochmal aber last try weil ne und so weil ich möchte keine sechs minuten folge haben und irgendwie habe ich noch Lust das zu machen wir können ja schon mal alles einstellen na ok normal Fahrgastraumbeleuchtung vorwärtsgang so auf geht's wenn dann mal die Druckluft aufgeladen wäre aufgebaut wäre wir bauen ja neuerdings Druckluft die wird nicht mehr aufgeladen sondern aufgebaut so hier dürfen 35 durch auch in 32 angezeigt wird ist aber trotzdem irgendwie heftig wir haben ja keine Innenansicht oder die Außenansicht kann ja nicht aktiviert werden so auf glättlicht so haben wir noch 10 minuten Zeit das werden wir auf jeden fall packen ich weiß noch nicht wie weit das weg ist doch weiß ich wohl ach das werden wir packen das ist kein Problem so 48 dürfen wir fahren 56 fahren wir dann wunderbar so wir machen es diesmal ein bisschen realer indem wir das Fenster aufmachen bevor es auch gleich lauter wird aber wir gucken dann so nach hinten ob alle Waggons denn über die Kurse sind kann der schwangeren Frau bei dieser schnellen Fahrt nicht eigentlich total übel werden beziehungsweise ist das dann nicht der Fall wunderbar jetzt weiß ich auch etwas genauer wie die Mission tickt so grün, 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 grün 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 alle Signale bis auf grün äh ich weiß nicht kommt mir irgendwie grad so vor auch wenn der Zug da meiner Meinung nach etwas langsam und deutlich hat ja gut na gut aber wenn wir gleich auf volle Pulle gehen ist das ja auch eigentlich selbstverständlich vor allem über dieses Knacks neben gerade da seid ihr alle drüber jetzt sind alle drüber jetzt können wir mal Gas geben wunderbar aber auch nur bis zum Ende des Bahnstecks auf jeden Fall würde ich sagen danke fürs zu gucken hoffe es mir gefallen bis dann mal wieder und adieu tschüss